Also werde dir der Glaubenssätze bewusst, die den Fluss des Geldes in deinem Leben blockieren. Und dann ändere die Glaubenssätze und beginne neues, reichhaltiges Denken zu erschaffen, auch wenn niemand in deiner Familie das je getan hat. Du kannst deinen Geist öffnen für das Konzept, dass Geld in dein Leben fließt. Wenn wir erblühen wollen, im Wohlhaben leben wollen, dann müssen wir ein Denken des Erblühens und des Wohlstandes nutzen und etablieren. Ich habe zwei Affirmationen des Erblühens in Wohlstand, die ich seit vielen Jahren benutze. Und sie funktionieren gut für mich. Sie werden auch für dich funktionieren. Mein Einkommen steigt ständig. Und zweitens, ich erblühe in meiner vollen Pracht, wohin auch immer ich mich hinwende. Ich hatte wenig Geld, als ich anfing, sie zu benutzen, aber konsequente Praxis hat sie für mich wahr werden lassen. Weißt du, ich habe lange Zeit geglaubt, dass das Geschäft ein Ort ist, an dem wir uns gegenseitig segnen und das Beste wünschen, uns gegenseitig befruchten und beim Erblühen helfen. Ich habe das Konzept des Halsabschneidergeschäfts, wo man versucht zu betrügen und den anderen zu übervorteilen, niemals verstanden. Das klingt nicht nach einer freudigen Art zu leben. Es gibt so viel Reichtum auf dieser Welt, wenn wir ihn nur teilen würden. In Hay House, meinem Verlag, waren wir schon immer ehrlich und wertschätzend. Wir leben nach unseren eigenen Worten. Wir machen unsere Arbeit gut und behandeln andere mit Respekt und Großzügigkeit. Wenn man so lebt, ist es unmöglich, das Geld fernzuhalten. Das Universum belohnt dich bei jedem möglichen Schritt. Heute haben wir einen fabelhaften Ruf in der Verlagswelt und so viele Geschäftsoptionen, dass wir sie wegschicken müssen. Wir wollen nicht so groß werden, dass wir die persönliche Note verlieren. Wenn ich, ein missbrauchtes Kind, das keinen Hochschulabschluss hat, es schaffen kann, kannst du es ebenso. Stehe einmal am Tag mit weit offenen Arm und sage mit Freude, ich bin offen und empfänglich für all das Gute und den Reichtum und den Überfluss im Universum und danke dir Leben. Das Leben wird dich hören und antworten. Affirmation für Reichtum. Wenn du die Scheine in dein Leben hineinfließen lassen willst, dann benutze diese Affirmation mit Gefühl und auch im Inneren mit dem Ausdruck der Bedeutung. Ich bin ein Magnet für Wohlstand und Geld. In Bezug auf das Erblühen, auf das volle Erblühen in jeglicher Art und Weise strahle ich eine enorme Anziehungskraft aus, sodass sich dieses zu mir hingezogen fühlt. Wo auch immer ich arbeite, werde ich zutiefst gewertschätzt und gleichwohl vergütet. Ich lebe in einem liebenden, auf Fülle und Überfluss basierenden, harmonischen Universum und ich bin tief dankbar. Ich bin jetzt bereit und voller Entschlusskraft, offen zu sein für das unendliche Erblühen und den unendlichen Wohlstand, der existiert. Überall. Das Leben versorgt mich und all meine Bedürfnisse in Form seines Wesens, seines mehr als genug Seins, mit seiner wundervollen Fülle und dem Überfluss. Ich vertraue dem Leben. Das Gesetz der Anziehung bringt nur Gutes in mein Leben. Ich bewege mich vom Armutsdenken zum Denken des Erblühens, zum Wohlstandsdenken. Und meine Finanzen spiegeln diese Veränderung wieder. Ich drücke meine Dankbarkeit für all das Gute in meinem Leben aus. Jeder Tag bringt wunderbar neue Überraschungen. Ich bezahle meine Rechnung mit Liebe. Alles ist im Fluss und ich habe meine Freude daran, während ich jeden Scheck ausschreibe. Die Fülle fließt frei durch mich hindurch. Ich verdiene das Beste und ich akzeptiere das Beste. Jetzt lasse ich allen Widerstand gegen Geld los und jetzt erlaube ich ihm, freudig hinein in mein Leben zu fließen. Mein Gutes kommt von überall und von jedem zu mir.